so was lustig ist ich habe auch ein bisschen hunger das geilste ist heute morgen zur aufnahme erst mal verpennt die komischerweise dann eh nicht stattgefunden hat weil sie erst später zeigen ja dann habe ich frühstück gegessen was heißt frühstück gegessen ja nicht zwei schüsse ich meine so viel mann meiner statur ist es natürlich mehr als genügend also ja und dann hier fand ich lustig ich habe dir doch von diesen diesen jahr habe ich erzählt von diesen mann dieser hakenkreuz statu hinterher von dieser hakenkreuz statu ja genau hinter dieser statu war ein wald der war total abgefackelt der stand sogar noch in flammen darum dachte ich so her so lange kann er jetzt aber nicht hier gewesen sein ja das habe ich das habe ich auf aufnahme das ist das ist so ich glaube die folge vor meine depressivsten folge ich bin nämlich soweit glaube ich ach sieht gut aus warte einen noch ne äh da fehlt ja was ne jetzt sieht scheiß aus warte mal zack zack kann ich da so durch nehmen ich kann nicht durch da die sache ist die hier oben muss auch gemacht werden sie wollen sind für dich ordentlich haben eins zwei drei zack äääh ääähä kannste unten zu machen ach ja kommt da auf halt im maul so fertig ja so damit du 16 einmal hast ich packe in die kiste mal ich glaube ein da war immer hast schon dann packte noch ein laver einmal hin und dann sitzen weil du kannst genau 16 die restliche lava behalte ich einfach mal für mich ja damit du auch so was gutes machen ja die idee finde ich ganz cool bin ich ehrlich also da bin ich echt so wie gesagt nicht drauf gekommen aber man lernt ja noch was jetzt noch nicht beim bauen irgendwie mache jetzt einfach diese große halle da fertig mit wasser also ich muss jetzt meine schwimmbad bauen weißt du was ich persönlich noch cool finden würde ich weiß nicht ob es zu dir passen würde oder so wenn du das wird auch noch ein bisschen licht ins dunkel hier bringen wenn du oben die decke aufs glas machst und darüber noch labermast ich habe auch überlegt unten zu machen oder unten muss sagen dann kannst du dich daran setzen und ich mache dann hier aber ich würde nur einen streifen machen wird dann halt nur einen streifen ist auch nicht schlimm dann mach ich das hier dann kannst du da hinten weiter machen lijst du da hinten weiter geil aber alles konfrontiert appos zu bei mir alles hinkriegen könnte. Ja. Ey, bei mir ist das Internet entweder mein Internet oder so spinnt, weil wenn ich einen Blog abbaue, kommt der Blog wieder kurz. Okay, bei mir geht es... Wenn das ein Delay. Bei mir geht es ein Mann frei. Aber ich höre mich normal an, ne? Ja. So, dann habe ich hier noch den kurz... Ja, genau so. Den kurz rein. Habe ich noch Glas mit? Ne, habe ich nicht. Aber die einmal habe ich noch. So, Glas. Da nutze ich aber dann mal deins, das oben ist, ne? Mhm. So. Warte. Hier haben wir noch zwei. Hier haben wir noch 64. Genau. Hier ist einfach irgendwie Erde unten. Bei mir. Jetzt ist mein Hund in meinem Zimmer. So. Doku. Vorsicht, jetzt bitte nicht hier reinfallen. Sagt er und er und fällt gleich bestimmt rein. So. Gut. Die Hälfte ist schon. Ja, das kommt gleich. Muss ich doch mal nochmal Labe holen, ey. Unfassbar. Wie viel noch? Oh, war ja. Zwei, vier, sechs, acht, zehn... Unter 16. Ich habe noch 13 Eimer. Ach, hier habe ich noch zwei. Passt schon. Das passt schon. Zack. Das nervt, ne? Ja. Das nervt, ne? Das nervt, ne? Oh. Ich verstehe. Deswegen, also... Bei der Mine war ich ja besonders stolz, dass ich den Weg... Also, ne, was heißt Mine, bei der Höhlen-Tour, ne? Dass ich den Weg alleine rausgefunden habe, alleine reingefunden habe und, und, und. Da musste ich nicht irgendwie großartig bauen, aber... Dann kam halt das tragische Schicksal. Worüber ich mich jetzt immer noch aufrede. Okay, das Thema ist gegessen. Das ist vergangenheit. Ja. Ja. Ich komm noch nicht. Das nächste Mal auch, dass es passiert. Nee, nee. Das wird nie wieder passieren. Das schlimmste ist, dann sag ich zum Schluss noch so... Wäre da nie nah gewesen, wäre das nicht passiert. Ist das bescheidend. Ich glaube, das war sogar genau die Aufnahme, wo du mir morgens abgesagt hast. Kann sein. Alter, das ist gerade so richtig, richtig dreckig. Da haben dann auch immer die Depression gekickt. Ja. Ja. Meinst du, wir kriegen den Schwimmball noch fertig? Also ich glaube, das mit dem Wasser und so... Ja. Jetzt ist hier Kies, ey. Ich kotze. Was soll denn das? Kies. Das beschwere dich noch. Ja. Ich habe nur eine Spitzhacke. Und jetzt kommt Kies. Ja, geil. Vergesst nicht, du darfst Kies nicht mit der Spitzhacke abbauen, weil das würde Menschen triggern. Habe ich mir sagen lassen. Ja, weil du das immer machst. Was? Was? Huch. Hallo. So. Und die Lava nimmt keine Hände. Wie viele Spitzhacke? Soll ich mich schon mitbringen? Ich habe ungefähr noch 20 zu Hause. Ja. Soll ich dir auch gleich eine Schaufel mitbringen? Ja. Ich baue gerade Erde übrigens mit der Spitzhacke ab. Prost. Triggern. Okay. Warte. Jetzt reicht's. Channel Switched. Channel Switched. Uff. Alles für meine Zuschauer. Ja. Alles für Unterhaltung. Leute. Lasst ein Abo da. Ja, ja, ja. Abo wet. Lasst ein Abo wet da. Oh Gott. Gut. Jetzt hat sich das für mich auch erledigt. Ja, moin Leute. Lasst ein D-Abo da. Würde mir gefallen. Ja. Und einen Daumen runter, bitte. Ohne Spaß. Ich würde mich über einen Daumen runter sehr freuen. Ohne Spaß. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe in einer Poker-MMO-Folge. Ach Quatsch. Ich wollte das holen. Ich habe in einer Poker-MMO-Folge halt äh. auch so gesagt. Das soll die meist gedislikte Folge der Welt werden. Oh, habe ich gleich einen Dislike bekommen. Hat mir gefallen. Wow. Ey, das hat mir so schlecht. Meist gedislikte Folge ein Dislike. Ja, es ist die meist gedislikte. Also für mich ist es die meist gedislikte. Achso. 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 Aber auf jeden Fall weiß ich nicht, ey. Hat mir gefallen. Youtube-Mine hat mega viele Dislikes. Du ein Dislike. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, aber Youtube-Mine ist auch irgendwie total dämlich geworden. Das ist auch einfach nur für den Arsch, was die da gemacht haben. Da hat das PewDiePie besser gemacht. Ähm, PewDiePie habe ich gar nicht gesehen. Das auch irgendwie mal gemacht. Das war besser. Und er hat auch die Leute, die dieser gestorben sind, nicht dieses Jahr, sondern voriges Jahr reingemacht. Ja. Okay, das ist... Das ist wenigstens... Ja, was heißt anständig? Aber... Also ich... Wie gesagt, ich habe den... Ich gucke ja extrem ungern und extrem wenig Englisch, ne? Aber diesen Youtube-Rewind, den habe ich mir gegeben. Und da ist ja... Das einzige, was hängen geblieben ist, ist Fortnite. Ja. Und darum denke ich mir so, Alter, ganz ehrlich. Youtube besteht nicht aus Fortnite. Ja, momentan aber schon. Ja, die hauen aber Youtube in eine Szene rein, in der es eigentlich gar nicht ist. Warte, willst du es haben? Hier. Warte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und hier ist noch zwei Schaufeln. Kannst die aufheben. Ja. Ich muss mal ganz kurz mal da... Jetzt würde ich hier nicht reinfallen, ja? Ja. Warte, jetzt rein. Das war mir fast klar. Ich bin... Da, ich muss kurz kurz was gucken. So. Sie hat runter durch das und weg mit Oh Gott! Oh 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 oh! Heiß heiß heiß! Nein! Nein! aber deine sachen liegen hier noch also die eimer sind alle verbrannt wofür bist du jetzt gespawnt ist er im Bett ich glaub das nicht ich bin wegen dir gestorben ich wusste ich konnte da nicht hoch springen was dann will ich ihr helfen und dann sowas hier ne verpiss dich ja schön du musstest mir ja nicht helfen da fehlt was ja das ist ja verbrannt oh man warum ich jetzt jetzt wirst du gehasst jetzt wirst du gehasst von wem von allen von den drei Leuten ja oh man ey ich hab mich schon gefragt warum kann ich nicht hoch springen denn war mir klar dass du da was hingebaut hast ja ich hab da nichts hingebaut da ist ein stein ich hab nichts ja jetzt ist da ein stein da war vorher ein stein ich konnte da nicht hoch springen ich hab da nichts hingebaut ich war da unter ich konnte da nicht ach ne geht da gar nicht aber warum konnte ich nicht hoch springen hä ich war oben und hab meine eisenspitzhacken gebaut und dann bist du einfach verbrannt verdammt verdammt ich konnte da nicht hoch springen jetzt hab ich total gewundert ja ich war nicht schuld darlin du wirst trotzdem gehasst mhm weil ich mich einfach angeguckt hab weil ich gesehen hab dass du verbrennst dass du nicht mal raus kommst ja ja achso hast du nur ne spitzhacken für mich aber es sei keiner mehr danke ich mein danke oh sogar ne eisenspitzhacken die pflichtig ja ich arbeite nur mit eisenspitzhacken war da auch glas drin ne ich hab keine ahnung was da alles verbrannt wurde leider auch glas verdammt und ich hätte glaube ich alles dabei ja ach leute ich hasse mal ich also was ist denn los heute minecraft geiles spiel ja 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 ich ich spiele mit dem was sie mal und so weiter auch hatten ok ist das gut ach ich mach dir mal ein bild und sende es dir pen im wass das wäre neis das wäre neis das wären neis dann siehst du ca. wie es aussieht ähm Ich hab mal mit 11.11 ein Glas noch. Lava einmal hatten wir drüben noch, Spitzsacke auch, so, okay, oh, ich hasse es. Warum konnte ich da nicht hochspringen? Das hab ich total gewundert. Das wäre so, als würde, wäre über mir wirklich so ein Stein gewesen oder sowas. Nein, ich hab da nichts hin getan. Ach so, mein erster, das war sofort mein erster Gedanke, ey, ich kenn dies. Ja, aber vor allem bei Lava. Also wenn, wenn man sich irgendwo runter schub, ist ja okay, aber Lava ist asozial. Okay, dann müssen wir wenigstens gleich aufhören. Oh nein! Nein, ehrlich jetzt! Odolin! Weißt du, wie das passiert ist? Na? Weißt du, wie das passiert ist? Ich wollte was abbauen. Ich bin einfach nur verbrannt. Ach, ehrlich jetzt. Aber hey. Hattest du was Sichtiges dabei? Ah, nur, ähm, Eisenschutz. So. Das ist alles wieder drin. So, warte. Jetzt Vorsicht, ich mach noch die letzten beiden. Ja, ich brenne einfach immer noch. Ja, ja, das hab ich von auch gemacht. Das ist alles. Das ist jetzt. Zack. 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 Ja. Werdig. Zwei Tore in einem Let's Play. Mega spannend, Leute. Schaltet das nächste Mal wieder. Wenn's heißt, wie wir in Lava fallen. Ja. Ja.